Hi Leute und willkommen zurück zu Age of Empires 2. Wir sind dabei, neue Armee aufzustellen. Hier unten sowie da oben. Ja, könnte ein bisschen dauern. Ich würde am liebsten die Wursten zuerst besiegen, weil ich denke, die sind nicht ganz so stark. Sind sie auch nicht. Wesentlich schwächer mit 4000 zu 12.000. Ja, vielleicht sollten wir oben erstmal priorisieren, damit wir mit denen Handel treiben können. Das würde eigentlich einiges bringen. So, möchte ich hier schon angreifen. Eigentlich, ne komm. Wir warten noch, ob das unsere Armee hier oben fertig ist, dann können wir eigentlich noch die Momente hier. Ich muss mal nach vorne stellen. Euch. Ich muss mal da hinpacken. Was ist noch? So. Hier geben wir bald die Rohstoffe. Ah, hier ist noch Gold. Perfekt. So. Da sind wir leider nicht ganz hingekommen. Im letzten Part. So, das war die Profession für die. So. So, dahin. Und dahinter. Wow. Steht ja schon wieder. Oh, shit. Das sind ganz schön viele. Oh, shit. So. Mal kurz da hin. Puh. Dass das Ding wieder steht und dass er von hierhin auch noch so viele losschickt. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Naja. So, ich muss auch mal wieder zur Verstärkung dazu. Sehr schön. So, dann könnte ich schon mal weitermachen. Was mache ich hier? Eigentlich möchte ich hier gar nichts machen. So. Vier. Fünf. Sechs. Können aber trotzdem schon mal euch da hinstellen. Vielleicht kriegen wir noch das eine oder andere. So. Ein Pferdchen haben wir scheinbar verloren. Ich sehe hier nur keine Leiche. Vielleicht haben wir es sogar so geschafft. So. So, den gleich abfangen. Nee, den auch abfangen. Wollte ich halt leider nicht, äh, verkehren. Noch mehr Menschen. Was ist denn hier los? Was zum... Oh nein. Oh nein. Wie sind die an den vorbeigerannt? Oh nein. So, Angriff. So, wir können trotzdem da bleiben. Ja, komm, bleibt man da stehen. Ah, die Burg hält sich. Das ist gut. So, jetzt können wir mal testen, wie schnell die fallen. Ob die gut gegen Elefanten sind. Ja, ist eigentlich okay, ne? Ist eigentlich okay. So. So. Da hin. Trotzdem schon wieder Leute verloren. Jetzt müssen es fällt mir. So. Hier mal die Bautschleife voll. Ja, bis dahin ist okay. Okay. So. So. Dann schließe ich den Mann. So, dann suchen wir mal. Wow. Damit habe ich jetzt nicht reichen, dass der auch eine Burg steht. Na toll, was mache ich jetzt? Wie schön Ramböcke. So, wir müssen mal weg. Ganz hinrennen, ne? Und für so ein paar Bäume. Na ja, gut. Oh, ne. Greift einfach das Gebäude an. So, dann müssen wir gleich Schaden. Ich verworfe ihn Ressourcen, bevor ich sie jetzt angreife. So, sehr schön. So, du musst direkt nach vorne. Angriff. Hier wurde gepackt. Du fährst aber, ne? Ja. So, gleich hinterher. Der könnte Ressourcen auch dann gleich hinterher. So, hin da. So, hin da. Ah, das ist das lieber. So. Ah, schick den ruhig her. Ich warte nur drauf. Wie ich die kaputt machen will. Geil. So, dann. So. So. Und so. Das haben wir auch. Dann können wir jetzt weiterlaufen. So. Und so. 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 Das wird schon geschafft. Das ist echt das. Das hier möchte ich stehen lassen. Ja, heraufgegeben. So. So, bleibt das Gebäude hier stehen. Ja, bleibt es. So. So, dann kommt ihr auch mal mit. So. 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 Dann. Abbruch. Abbruch. So. Ich brauche nicht mehr. Okay. So. Jetzt sind die Marktkarren gefragt. Abbruch. So. So. sehr gut. Sehr gut. So. Dann haben wir wenigstens Goldvorräte. Anmacht. Amo. Amo. Ja. Ihr beide. Kommt mit. Ich habe gesehen, gab es ja noch Gold, ne? So. Dank der Forschung sind wir jetzt noch gut vorangekommen. Oh wow. Ohne ich mehr machen. Danke. Dafür, dass die günstig sind, reißen die ganz schön ordentlich. Aber es ist noch nicht so viel, wie ich gerne hätte. So, ihr seid Team 1. Geht mit dahin. So, gucken wir uns ein Reichmann. So, ihr habt die größere Sichtweite. So geht die auch erst mal vor. Ich bewege euch nur im sicheren Gebiet. Die haben auch eine krassere Sichtweite. Ich weiß nicht, ob es die Trieböcke sind oder die Mönche. Ich gehe eher von Mönchen aus. Aber gefällt mir. Ich habe gedacht, die Gelben sind ein bisschen größer, aber hier vorne ist jetzt schon wieder Schluss. So, die fahrt schon noch. Wie viel bringen die mir jetzt? 50. Das kann sich sehen lassen. Ach, du Schöne. Ich gehe jetzt. 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 Ach du Schande, du klopst mich hier weg. So, fucking wie ist noch mal Elefanten? So, und ihr schaut euch mal da hin. Hier natürlich auch. Also, zwei Frontenkriegen habe ich jetzt leider verloren. Aber das Tor ist mir mal mit drauf gegangen. So muss das. Sieht auch cool aus, so ding ding ding. Komm schon ein, schafft ihr noch? Jawoll. Okay, alles klar. Ich geh nochmal und dann ist meine Armee auch leider schon hinüber. So, aufbauen. So, angeschön. So, da hin. Jawoll. Schießt immer auf, was ihr wollt. Mein kleiner Händler. Ah, Gebäudeswolf, perfekt. Wir haben eigentlich alles erreicht. Was machen die denn da? Hier, mach den fertig. Das ist nur ein Wolf. Mod Chang. Mod Chang. Mod Chang, das heißt bestimmt nicht so viel wie Mod Spaß. Ich weiß es nicht, aber es wäre super, wenn das so wäre. gelbe. Ich weiß es nicht. Nur ich bin es auch. Ich bin es auch ein Aufmerksamkeit. Und ich habe es auch. Ich bin es auch ein Aufmerksamkei. Aber ich bin es auch gerade schon. Ich bin es auch einfach so. Ich bin es auch etwas verdammt, ich bin es auch einfach. Ich bin es auch immer noch chlorineist. Ich bin es auch immer noch konsumiert. Wieso kriegt die jetzt nicht mehr verkehrt, verstehst du nicht? So, abbauen. Die sind aber auch stark gegen Elefanten. Ein alter Schwede, nice. Dann kann ich auch noch mehr davon bauen. So, und ein paar Mönche dazu. Gefällt mir. So. Kleine Produktion läuft. Das ist schön. Oh, der ist stark. Das ist noch richtig stark. Das würde jetzt verlieren, weil der Schlange hätte. Schade. Kann ich die zurückschicken? Ich hoffe, er entkommt. Oder lockt die einfach dahin. Was natürlich doof wäre. So, was ist denn jetzt hier mit meinem Gold? Will das noch was? So, ein Goldmangel soll es zumindest nicht scheitern. Jetzt, wo wir ihn haben. Das sei denn, sie sind dumm. Alter. Glaub ich nicht. Wegfindung, wir kennen sie mittlerweile. Ah, schön, er hat überlebt. So, ich brauche nochmal ein größerer Armee auf. Am besten nochmal. Ah, wie geht das Geld aus? So, er lebt noch fast gut. Ich hoffe, er wird auch weiterhin leben. Aber die Regen haben nicht mehr so viel. Das ist aber teuer, ey. Wow, wow. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, gleich geben wir das Einheimnis. Damit fahre ich schnell wieder auf den Sack. Oh, naja. Warum macht ihr das eigentlich noch? Oh, ich töte ich. So, Hals abgeliefert. Spontane Explosion. Oh, hab ich hier noch welche gebaut? Oh, keine Schaden, stehe ich jetzt mal dahin. Ich wollte hier unten bauen. Die habe ich hier, glaube ich, auch gebaut. So, der noch ein paar, der noch ein paar. Ich bin erstmal zufrieden. Wir kriegen ein bisschen Gold rein. Dann wollen wir die aufstocken. Und ja, wir können das mit dem Party wenden. Ich bin vollkommen zufrieden mit unserer Leistung. Wir haben ihn zumindest besiegt, dass wir jetzt an Gold kommen. Und damit keine Probleme mehr haben. Dann können wir jetzt hier mit einer kleinen Armee vorrücken. Wieder das nächste zerstören. Bis wir nach und nach da vorne ankommen. Wir haben immer noch keine Produktionsstätten gesehen, ne? Aber ist das doch nur bis dahin dann? Oder so irgendwie? Keine Ahnung. Und hier sind noch ein paar Sachen. Na gut. So viel wird er wohl nicht mehr haben, hoffe ich. Gut. Wir beenden hier. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.